Hallo und herzlich Willkommen hier zur weiteren Folge hier nach Fischemarsch Station 2.6 Richtung Feldnummer 36 zu fahren und Grasmähen lassen. Ich überlege ob ich das hinterher schwappen werde. Oder ich weiß noch nicht. Entschuldigung. Ja, die können ja auch auf Schwatten legen. Aber wenn wir das schwappen lassen, dann wird das ganze Gras bzw. Heu auch zusammen gekratzt und dann zu den Ballen zugefügt. Ich würde zwar abends immer Heu bald werden, aber das macht ja nichts. Aber so, wenn wir die Wiese halbwegs sauber herkriegen. Ja, das ist dann halt so. Dann überlege ich da, ob ich jetzt zweimal schwappen werde oder einmal. Das heißt, mit zwei Geräten arbeiten. Muss ich mal schauen. Erstmal mähen lassen. Einer ist schon da mit dem Mähgerät und im zweiten fahre ich gerade hin. Wir haben gleich mal den Kurs berechnet, also die Arbeitsstrecke. Können wir gleich mal nebenbei schauen, ob hier noch genug Grasballen in der Silage sind. Also, im Träger sind. Jups, ist noch. Mal gucken. Anzeige, wo ist die? 100.000, passt. Die Schaltung ist gut, ne? Okay, Gaspedal, ne? Das geht. So, Berechnung. Berechnung heißt jetzt hier, äh... Nicht alles täuscht, Feldmodus 39. 36. Das heißt, äh, Feldmodus. Kursgenerierung. Das Feld... Anklicken. Vorgewendet 2. Die Tülle sind für keine 38 Meter. Muss ich mal kurz ausklappen. Das ist A10, das sind 10 Meter. Das sind... Nehmen wir 9,50 oder 60. Zwei Vorgewendebahnen, zwei Geräte, also zwei Maschinen. Uhrzeigersinn, beginn auf Feld rein. Das ist im Grunde egal. Beim... Stroh... Beim Ballenpressen ja nicht. Ich hatte letztes Mal beim Wettbewerb Probleme gehabt. Fehlen mir gerade so ein. Äh... Kursgenerierung. Zwei, drei. Zieb vorne Probleme an der Leitplanke. Jetzt garantiert nicht. So. Mal ganz kurz gucken hier. Breitablage, das passt. Äh... Reubert sowieso nicht. So. Aufsteigen. Bisher der erste Fahrzeug. Vielleicht nehmen wir mal auf die... Die linke Seite. Bei mir ist immer das erste Fahrzeug links. So komme ich nie durcheinander. Und äh... Der zweite war rechts. Ansonsten... Äh... Wenn ich mit drei arbeiten, ist der zweite Mitte. Und der letzte dann rechts. So kommt man nicht durcheinander. Wenn man sich im Prinzip was vornimmt. Lass man den äh... Entsprechend... Okay, 18 Meter groß. Kopieren. Äh... Ersten Wegpunkt. Äh... Rechts passt. Kein Versatz. Das ist richtig. Aktiviert. Und... Starten am ersten. Äh... Grund ist egal, die Ablage, weil... Weil... Drehwerk senken. Hm... Breitablage. Passt. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, äh... Auf schwach legen möchte, dann wäre das wichtig. So... Bist du auch auf Verband? Ja. Das ist schon wichtig, dass wir eben gleich mit Kursflick starten. Und nicht hinfahren selber. Wir würden... Wenn es so eingestellt ist, die Frucht zerstören. Da wäre ein bisschen Gras, äh... Hinüber. So. Äh... Warte auf Abstand. Ja... Ich werde hier trotzdem mal... Kurz dabei bleiben. Ob das richtig läuft, ne? Man weiß ja immer nicht. Aber das scheint zu funktionieren. Ich möchte in dem Fall kein Heu haben. Ich möchte in dem Falle... Schwarz haben. Äh... Grasbaden. Die Zeitbildung ungefähr wissen. Eine knappe Stunde. Ja, und er lässt ihn stehen. Das ist gut. So. Was machen unsere beiden hier? Der Ader. Das ist das Problem mit dem Graben, ne? Aber gut. Das ist mal ganz anders. Das ist mal ganz anders. Hat er sich verdünnisiert. Hat er sich verdünnisiert. Hahaha. Aber das macht nichts. So. Das gleiche würde auch so sein mit dem anderen Fahrer. Das ist das Problem bei kleinen Feldern, ne? Oh. Ja. Ihr seht nichts. Hoffe ich mal. Äh... Hat kurz gerückelt. Ich war kurz mit dem Haus äh... Außerhalb. So. Und der andere fährt gerade hier. Gut, der muss aber, ne? Äh... Hier. Was hier passiert. Kann man um die Kurve nicht rum, ne? Kann passieren. Ey, der Ganze ist... Ah, das ist verantwortlich. Ist ein anderes Feld. Ich wollte sagen, so viel bei dort. So. Der macht fleißig arbeiten. Ich wollte eigentlich, äh... Verkaufen, ne? Blocking, blocken. Na gut, full. Der erste. Dann fahren wir kurz zum... LKW. Den Rest. Verpackung. Wer könnte die gebrauchen? Bauerei. Solkerei? Bauerei nicht. Die haben Flaschen. Die haben Flaschen. Aber ey, schau mal. Ob ich die da loswerden kann. Bei der... Wolkerei. Ja. Da müssen wir eigentlich Milch fahren, ne? Ja, so viel zur Zeit. Leckung schwer. Hat er sich rausgeschaltet. Mit das, äh... Das ist ein Monitor weggegangen. Ganz... Die Farm aus dem Bauerei. Quatsch. Zum Bockerei. Vielleicht können wir die Verpackung dort, äh... Gebrauchen. Die rechte Änderung. schauen wir das ist ein butter haben und case in die käse am ähnlich vollmilch oder joghurt dann können wir mal gucken ob da noch milch bedarf ist verpackungen sind draußen in der halle können wir sind geld verdienen junge du hast ein lkw da muss ein bisschen größer ausruhen wenn die autos fahrer die autofahrer soweit ausruhen so kunst kurz weg gucken wer hat da den lateren fach hingestellt das dunkle wird auch geweckert so naja siehst du da können wir noch gut gebrauchen auf jeden fall n b die werden nicht alles brauchen denke ich mal aber wir mal schauen ob die jetzt reichlich milch mitkriegen oder butter zumindest muss man irgendwo anfangen mit dem verkauf der ware dann muss ich sehen ob ich irgendwann mal nicht erfahren kann haben mich nämlich alle am meisten an butter und joghurt fange Butter an Butter dann brauchen wir noch 8 geht noch nicht mehr Joghurt 8 Stück Eww mit Fendt irgendwas keine Ahnung oder halt so Ich hab ja auch Reifen zu laufen, ne? Ne, nur gut. Ein Stück. Oder waren es acht? Geht eh nur sechs, ne? So. Ja, muss ich noch zwei generieren, ne? Zwei noch. Ah, ne, meh. Wer zahlt am meisten für Butter? Butter haben am meisten drauf. Brot, Backfolger, Käse, Tomatensaft. Ich glaube, es ist schon zu weit. Backfolger, Joghurt. Edeka, Mensch, das ist richtig gut. Ich dachte, ich wäre schon drauf. So, Trattour. Backfolger, Trattour, hin zum Lenkrad. Mal wieder gewaschen werden, ne? Auch zum Edeka. 2000, das ist richtig viel Geld. Ja, Graswehen. Später Schwatten. Und dann Ballenpresse. Und dann ist ganz wichtig, dass ich in der Feldreihen beginne. Wenn ich selber einen Weg stehe, ne? Später beim Ballenpressen. Aber ist auch nicht so weit. Obwohl die Main-Rally schnell, ne? Mal zu sagen. Mit Schwung und dann gut landen, ne? Hat bisher mal geklappt. Ja, bisher. Das war zu wenig Schwung. Angst hat verliert, ne? Wo ich was gewinne. Schon wieder eine Schwierigkeiten. Wieder einer verabschiedet von der Abfahrer. Ich fahre mal zur nach Edeka. In der Zeit, wo verkauft wird, kann ich ja mal gucken. Aber der Verkauf findet morgen statt, liebe Leute. Das soll schon für heute gewesen sein. Ich sag mal ein dickes Dankeschön für das Flasiret schauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Mit Butter verkauft. Tschüss.